Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Waren Überlebende, anzunehmen bei Alter Grimhauer, immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Vor-Quest war Ursachen, äh, vor Spoilern, Ursachen und Symptome. Und jetzt geht es in diese Richtung. Ein bisschen Tempo. So, und hier müssen wir hin. Quest ist abzugeben, bei Alter Grimhauer, immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!